Nein, also ich katserlo und jetzt kommt's zu einem neuen Video, heute zocken wir mal wieder Minecraft Skywars mit ClashMesh Nein, also ich katserlo und dann, jetzt kommt's zu einem neuen Video, oder zocken wir mit ClashMesh Zero Der Double Time in dem Boss Enderperle, tschau Ernsthaft? Ich hab auch ne Enderperle, by the way Ja, aber das waren wir, deswegen würde ich jetzt Der Enderperle werden Also ich hab zwar wirklich ne Enderperle Ich hab noch ne Enderperle, tschau Hast du vielleicht nen Holzschwert, also halt so ein verzaubertes Holzschwert Äh, ne, aber ich kann dir ein Diaschwert machen, ist doch noch besser Ja, das krieg ich auch ganz nett Der Diaschwert machende Boss Könntest du das für mich tun? Bin schon dabei Ist hier nicht irgendwo ne versteckte Ich kann mir übrigens auch einen Silber, ich kann mir auch eigentlich einen Silber machen Ja, dein Slick da oben Oh, danke, ich hab von dir Der Diaschwert nehmende Boss Ich hab, ich hab auch nen Gerpo Ein Gerpo? Das ist ein Gerpo Der Gerpo Der Gerpo und der Boss Ich kann uns beiden auch angeln machen, wenn du willst Ja, das wär praktisch, aber ich will den töten, weil der allein ist Okay, ich komm mit Ich geh und Ja, ich warte auf dich Ich bin Ehrenmann heute Voll heute Vor 30 Sekunden der letzten Aufnahme hab ich nicht Hey, ist der grad gestorben? Er ist gestorben Er ist gelieft Er hat uns gesehen und ist gelieft Egal, wir können ihn auch gelieft Ja, ja Zehn, da kann ich 30, zwei Fäden wär uns ne? Äh, ja Die in der Mitte gehen erstmal komplett Ich hab, wir haben einfach besseres Equip als die in der Mitte Okay, ne der einer hat besseres Wobei Ich wollt grad sagen I'm sure about that Nee, geht eigentlich klar Wir haben fast gleiche Rüstung ungefähr Nur dass er halt nur muss Ja Ja, okay, dankeschön Egal So Äh, ich würd jetzt erstmal gucken Oha, es leben nicht in die Mitte Du willst doch nicht ernst in die Mitte, oder? Nein, ich will nicht in die Mitte Da hinten ist ein Ah, ne, ist aber zu weit weg Um sich da einzumischen Was ist das? Ich muss kurz essen Der essende Boss Der essende Boss Wir haben's auch mit unseren Boss echt Der ebenfalls essende Boss Der MLG ne Boss Lass es da, lass es da, lass es da Lass es da Oh nice Die kommen zu uns Nice Ich hab richtig Bock auf Gemetzel ey Oh Gemetzel Oh mein Gott Ich hab mit der Rod nicht einmal getroffen Aber ist ja auch nicht wichtig Ich mach dir kein Damage oder so Wenn du Probleme hast, sag mir Hab den einen Komm her Oh Ja Ich hab ihn Komm her Komm her Komm her Ja Ja Oh ich hab Assassins Schuhe Das heißt hier müsst ihr auch irgendwo ein Assassins Schwert nehmen Ähhh Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's auch nicht Nicht so direkt Ich hab's nicht Ach Mann Okay egal Ja lass es mit, oder? Das hab ich gerade gebaut Ich hab äh Fast nicht Es klebt noch ein Team und sonst nur noch einzelne Spieler Ja Hast du immer noch Hast du ne Ender Perle? Ja ich hab zwei Ja okay Ich hab nämlich auch zwei Loll du hast auch zwei Ehrenmann Vom Ehrenmann Weil jetzt Wahrscheinlich hatten die beiden auch jeweils eine Aber ne es waren ja drei Ah Egal Hat niemand gesehen Ich seh ja nicht so was du aufnimmst oder so Es Bube Vorsicht Da Hinter dir Der Rod habende Boss Und jetzt komm ich von unten Oh mein Gott der hat auch ne Rod Pass auf Ich seh's Pass auf der ist gefährlich Der ist gemeingefährlich Haha Wie er einen Trank nach mir wirft Wie so'n Noob Spaß Nein er lebt noch Setz Wasser Hast du Wasser? Setz ganz kurz Wasser und mach's wieder weg Ja genau Perfekt Ja ok er hat sich gesaved Hast du TNT? Ich hab TNT Ich spreng ihn weg Geh da weg Oh shit oh shit oh shit Der wegsprengende Boss Oh hier ist ein Zaubertisch Äh ja warte Nein er hat warte Oh mein Gott er hat immer noch das verdammte Wasser Hast du Level? Junge Hast du Level? Hast du Level? Nein Er soll jetzt einfach sterben Hast du noch TNT? Nein Ah doch hab ich Dann setz das einfach Ich weiß wie gerne du das machst Ich überlasse dir die Ehre Weil ich hatte nur ein Flag auf dem Bildschirm und gedacht da wär jemand Geh weg Das ist neun stück Das ist gut Nee das hatte ich eigentlich nicht vor Ja Warum ist das Egal Das funktioniert? Ich weiß gar nicht Nee ich glaub nicht Ja es ist le- Nur noch wir leben und dann halt zwei einzelne Spieler Wo ist der eine der gestorben ist Äh der nicht gestorben ist Äh der nicht gestorben ist Ja anscheinlich gestorben Der nicht sterbende Boss Ja ich hab keinen Bock hoch zu gehen Weil er kann uns dann halt easy runterkicken Ja warte ich täusch nur an Ich geh nicht hoch Ich täusch nur an Er soll denken Ich geh hoch damit der Paranoia hat Hatte ich baum Ich hab kurz gehört der Name tag Der mit der Hand abbauende Boss Der Seele hat ja n mögende Boss Ja okay Der unauffällige sein Der unauffällig sein Ne Boss Was sagst du wenn ich mich hochbaue Komme ich den nicht mehr raus Ich hab halt wirklich keinen Spitzerkenn Ja okay ja okay Ich wollte den eigentlich mal Angst machen Aber irgendwie kommt man mir so vor Es hat der keine Angst Er hat keine Scheue vor uns Er ist ein Alpha Ja ja Alter ich dachte grad du wärst ein Ich auch Du dachtest du wärst ein Gegner Ah ja Ja ich hab mich auch nicht Der gegnerische Boss Junge wie lang wollte ich diese Wo bist du Wo bist du Ja der zählt grad auf seiner eigenen Insel Wir können uns rüber aufpeulen Wenn du willst Ah lohnt sich nicht oder Ist das der der von da oben kommt Ja Ja dann komm mal mit Das heißt wir haben noch unter uns einen Gegner Willst du dich peulen? Nein Wie denn Außer wenn der als Schneebellert Dann Also Dann würd ich Ja dann retten wir uns damit aber Ach jetzt rennt der weg Der wegrennte Boss Alter Ich seh den Typen da unten Ich glaub Ich glaub der Bock hat einfach sich mit der Hand hoch So jetzt kommen wir praktisch von zwei Seiten Das ist das Gute Ja Auf 3 Wir gehen roh Ja ok Auf 3 Nein der mich in Lava der Tod Ich muss geäppeln Wie hat der mich weggekommen Boot RIP Wie gut war der Das heißt wenn du genommen was du noch holtest Hast du noch einen Deer zufällig Ja Kannst du mir geben Ich hab ihn hier hingeschmissen Warum was willst du damit machen? Cool story bro Da kommt einer zu uns rüber Du solltest du ihn nicht sehen Dann können wir ihn Hart ausmachen Es kommen zwei zu uns ne Also zwei Teams Ernst Werden wir gesandwiched Nach unten Abborn Ja warte warte Ja die fighten jetzt oben Du hast ja die Spitzhackel Ist die nicht ne Kiste mal irgendwie gewesen? Nein dachte ich auch Aber ist nicht Ja LOL Mein Minecraft ist einfach grad Kommt Ja ok dann kannst du mich da rein zu klatschen So 1-9-2-SK-A-Ross Mittlerweile ist klatschmatch 0 1-9-9 Herzlichkommen zu 1-9 Nein Spaß 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 Der Doppel Warte Du weißt schon 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 Ich hab zwei Enderperlen Was haben wir mit so'n Glück Wir haben nur Enderperlen hier Pass auf Die staken sich Die staken sich Ich komm einfach grad hoch lasst mich bauen ich bin tot ok weißt du was ich dachte kurz du wärst einfach runter gesprungen ich sag kurz das war dann was im team so aus oh leid kannst du vorher sagen das ist ein luchtstreng wie wir gerade fast dadurch gestorben ach er war das ich bin zu grad gesprungen und dann sehe ich zu tnt den hol ich mir glaubst du hat ein maurakit oder wobei er hat kein gold im arbeiten wir also was lustig ist ich hab halt kein copweb ich bin tot wenn ich hier runter fall ich hab sieben copweb das reicht mir also das weckt sich weiter du hast zwei innerperlen gemacht den john c ja oh my god der in der luft zerstörende boss ich mach den sicheren boss ich hab zwischendurch noch mal copweb gesetzt damit ich eben ein und jetzt schnell der zerstörende boss alter zwei kills habe ich schon weiter wann habe ich das so oh bin tot warte warte ich mach wasser ich bin letzte oh mein gott 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 ich hab wasser gemacht ich hab wasser gemacht aber ich back zum teil in äh kriegst du da oh mein gott ich wurde gerett ich hab meine fälschung geworfen sonst wär ich tot irgendjemand muss überlebt haben das finde ich grad sehr weird oder ich hab nen kill nicht bekommen bist du wieder runter gelaufen naja nein aber halt den ach so mein wasser ist weg dankeschön egal äh warum bist du eigentlich runtergefallen ich hab schnell ganz ehrlich ich weiß es gar nicht ich glaube ich entweder wurde ich runter gekickt oder ich hab ich hab es absolut vergessen muss ich ehrlich sagen ja ok ist gut ich glaube aber ich wohl ich glaube ich wurde runter genockt oh zweierteam gegen zweierteam nur dass du eigentlich ein einzelteam bist und du eigentlich die ganze arbeit machen musst das zerstörende boss mikro aus eis macht alles und gleichmäßig zero ist irgendwie auch dabei warte wo ist die ist der echte die ehrenlose bosse äh ich gewinn das noch kamerafahrten oh Achtung Achtung direkt hinter dir wegrennen bringt nix ist ihm zu krass oh mein gott der ist runtergefallen pass auf mich auf ja ok runter wo ist er ich hab ihn auch nochmal geschlagen müssen clashen müssen fighten müssen clashen da kommt ein zweites team da kommt ein zweites team ja zweites team so das zweite team kommen jetzt auch direkt hab ich keinen einzigen kill bekommen hä der eine hat überlebt konzentriere dich jetzt nicht darauf wir haben hier gerade ein anderes problem ja ok ja ja wahrscheinlich irgendwie denn nur ist gezögert sein tot wie die hoffen alter oh mein gott ich hab die beide runter ich geh auf knock me ich geh auf knock me ich bin tot ich bin safe tot man knock me ja halbes herz hat er nein so leute danke fürs zuschauen ja so leute danke fürs zuschauen danke clashen für's mitmachen ja ja ich hoffe es hat euch gefallen und ein assig kaltes tschüss tsch ah ich sag tschau junge das haben wir immer so gemacht mein gott einmal mit profis arbeiten so leute danke fürs zuschauen danke clash monsieur für's mitmachen ich hoffe es hat euch gefallen diese runde skywars diese runden skywars ähm ja und da würde ich mal sagen ein assig kaltes tschau 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 der zerstörende bus ich kann weiter tschau tschau